Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht spielen will. Also ich meine, das, was du gesagt hast, vielleicht so, weil ich nicht weiss, was das ist. Ich meine... Ich kann dir ja vertrauen, was das angeht, nehme ich jetzt an. Okay. Ich bin tot. Okay, okay, ich spiele es, ich spiele es. Ähm, ja, ich denke so, ja, da. Gut. Ähm, ja, Scary Maze Game. Da gibt es mehrere davon. Weissgarymazegame.net Oh, ich hoffe, es ist nicht mega laut. Ähm, machen wir dich bereit für lautes Zeug. Oh, jetzt ist es gerade, was ich story Oh nein! Oh nein! ... ... ... ... ... ... Ich sollte ihnen nicht vertrauen? Oh shit! Was ist, wenn ich ankomme? Was ist, wenn ich ankomme? Ich habe Angst. Ich komme nicht an, okay? Ich komme nicht an. Ich komme nicht an. Ich komme nicht an. Ich komme nicht an. Ich vertraue mir Leute. Oder auch nicht. Vielleicht ist ein bisschen, wenn ich mich nicht vertraue. Oh mein Gott, knapp gewesen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich habe gewusst, was passiert. Aber wenn ich weiss, dass etwas so Schreckendes kommt, dann bin ich viel mehr verschreckt. Also, dann beschrecke ich viel mehr. Oh shit! Das hat ich gerade schon mal gehabt. Oh nein! Fizzo! Kannst du das Game jetzt? Kannst du das Game? Aber wenn wir es schaffen würden, wäre es schon geil. Ich würde es noch mal probieren.